20 Jahre nachdem wir den Krieg gewonnen hatten, waren wir einem gemeinsamen Leben in Frieden kein Stück näher gekommen. Eine neue Heimat für die Omnics in London sollte der erste Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Menschen und Omnics sein. Aber es war zum Scheitern verurteilt. Die Omnic-Extremistengruppe Null Sector startete einen Überraschungsangriff auf King's Row und übernahm dort die Kontrolle. Hunderte starben, Tausende verloren ihr Zuhause. Nun jagen sie die letzten Überlebenden. Das könnte der Beginn eines neuen Krieges zwischen Menschen und Omnics sein. Wenn wir sie nicht aufhalten, Commander Morrison hat unser Strike-Team damit beauftragt, die Stadt zu befreien. Das ist meine erste Mission und zugleich der einzige Weg, mein Zuhause zu retten. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät.